Es war dunkel, schwarz, von Feuer und Rauch, sein Auge so nah wie ein riesiger Spiegel. Wir sah ihn an, er sah uns an. Wer seid ihr? Was seid ihr? Seid ihr Menschen? All die Gräuel, die du erfährst, kehren auf die ein oder andere Art zu dir zurück, derselbe Fehler immer wieder in verwandelter Gestalt. Ich bin niemand.